Heute möchte ich über ein etwas allgemeineres Thema sprechen, was aber meines Erachtens für uns alle sehr bedeutsam ist, eigentlich für die ganze Welt und sehr wichtig ist. Ich habe es überschrieben mit dem Wort Errettung und ich lese einmal aus dem Matthäusevangelium ein paar Verse vor Kapitel 7 von Vers 13 bis 14. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Das ist ein sehr ernstes und auch ermahnendes Wort und ich möchte einfach mal ein wenig ergründen, was Jesus damit meint und was für uns wichtig ist. Erstmal geht es ja um die Frage, wann ist ein Mensch eigentlich errettet? Also wann kommt jemand in den Himmel und kommt nicht in ein Gericht Gottes? Darum geht es ja. Und es geht auch darum, dass natürlich klar, diese Fragen beschäftigen eigentlich nur Menschen, die die Realität Gottes erfasst haben. Also die Angst, ich sage mal jetzt im negativen Sinne, nicht in den Himmel zu kommen, die bekam ich erst, als mir bewusst wurde, dass es Gott wirklich gibt. Wenn, als mir das nicht bewusst war, da gab es natürlich auch keinen Himmel und auch keine Hölle und kein irgendwas, kein Gericht, sondern das war einfach irgendwas Amorphes, irgendwo im oder über dem Universum, nichts Sagendes. Aber seit mir die Realität Gottes bewusst wurde, wurde diese Frage mir auch bewusst, wie ist Gott und wo komme ich einmal hin? Wo wird meine Zukunft sein? Wie sieht er mich heute? Also Menschen, die behaupten, dass es keinen Gott gibt, dem muss ich leider sagen, das sind Fake News. Ohne Schöpfer wird es auch keine Schöpfung geben. Das ist eine ganz simple Formel und die verändert sich auch nicht. Ohne Schöpfer wird es keine Schöpfung geben. Aber was die Bibel ja weiterhin sagt, ist, dass alles, was wir tun und denken, seine Konsequenzen hat. Im Grunde genommen wissen wir das auch. Also alles, was ein Mensch tut, dem folgt irgendetwas nach. Das hat seine Konsequenzen. Und auch was wir denken, das werden wir einmal tun und das wiederum hat dann auch seine Konsequenzen. Tun wir Gutes, sagt die Bibel, führt es zum Leben. Tun wir Böses, führt es zum Tod. Und dann kommt ja eigentlich ganz am Anfang schon diese frohe Botschaft. Jesus kam in diese Welt, um die Folgen unseres Handelns an unserer Stadt zu tragen. Das ist ja im Grunde genommen der Kern des Evangeliums. Wir haben Dinge getan, jeder von uns und auch die Menschheit in sich, die letztendlich zum Tod führen. Und die Folgen unseres Handelns hat Jesus jetzt auf sich genommen, damit wir leben können. Das ist ja die frohe Botschaft, dass wir trotz dessen, was wir getan haben, doch zum Leben durchdringen können, doch Leben haben dürfen. Dafür starb Jesus. Doch was bedeutet das jetzt für den Einzelnen? Bedeutet das, wenn Jesus alles auf sich genommen hat, dass quasi jeder in den Himmel kommt, dass alle Menschen in den Himmel kommen, wie dieses Trinklied ja sagt, wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so schlau sind, hieß es ursprünglich mal, dann hat man später gesungen, weil wir so blau sind. Passt auch mehr, wenn man sowas singt. Aber so sagt die Bibel nicht. Also, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er die Schuld auf sich genommen hat, das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt automatisch, ob wir nun oder wollen oder nicht, quasi ins ewige Leben hineinplumpsen. Sondern es muss ein Gegenpart da sein und der kommt von uns. Allerdings teilen sich hier auch schon die Meinungen. Also es gibt Theologen, die sagen ja, im Grunde genommen, alle kommen in den Himmel. Alle kommen in den Himmel. Am Ende bekehrt sich auch noch der Teufel, das gibt es dann auch noch. Und wir werden alle glücklich und fröhlich im Himmel sein, sagen einige, es gibt ein Geräusch hier, das kommt nicht von uns. Ne, kommt vom Himmel. Ja, das ist eine Behauptung, aber Jesus sagt das ja nicht. Also die Verse, die ich jetzt gerade gelesen habe, die machen ja ganz klar, ringt darum, durch die enge Pforte zu gehen, den schmalen Weg, denn viele gehen den breiten Weg ins Verderben, obwohl Jesus für uns alle gestorben ist und nur wenige finden diesen Weg zum Leben. Und dann gibt es ja diesen ganz berühmten Vers, der von unserer Errettung handelt, der lautet, denn Gott hat die Welt, der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also Gott tat sein Teil, einen wunderbaren Teil, nahm die Schuld aller Menschen auf sich, aber jetzt kommt die Rückfrage. Glaubst du ihm? Glaubst du ihm? Vertraust du ihm? Und dann sagt Jesus, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, und jetzt unterscheidet er, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Also der Glaube an Jesus Christus ist entscheidend. Da kommen wir nicht drum rum und da kann man nicht eine Philosophie bauen, die das quasi ausklammert. Der Glaube ist entscheidend für unsere Errettung. Aber was meinen wir damit? Meinen wir damit eine Glaubensentscheidung? Ich weiß, dass in unseren Kreisen das ganz schnell so kommuniziert wird, dass wenn ein Mensch sich bekehrt, also wir nennen das sich bekehren oder Jesus sein Leben gibt oder manchmal war das so, dass jemand in einer Versammlung wie dieser nach vorne kommt und dann eine Lebensübergabe macht, wie wir das nennen, dann für sich beten lässt und dann sagen wir, jetzt kommst du in den Himmel. Aber ist das damit gemeint? Ist das damit gemeint, dass also ein punktuelles Ereignis dazu führt, dass wir quasi dann Himmelsbürger sind oder ist etwas anderes damit gemeint? Dieses punktuelle Ereignis, das erinnert eigentlich so ein bisschen an einen Diplomatenstatus. Also die haben ja eine Immunität in dem Land, wo sie dann Diplomaten sind und die können ja machen, was sie wollen. Die können ja sogar ein Verbrechen begehen. Sie können hier nicht verurteilt werden, weil sie aus einem anderen Land kommen und einige Christen scheinen dieser Meinung zu sein, dass man so leben kann. Nun bin ich ja Christ, nun habe ich mich bekehrt. Gott ist ja gnädig. Im Grunde genommen ist es wurscht, was ich tue oder lasse. Die Gnade ist ja immer da. Er hat ja schon alles vergeben. Ich lebe quasi in so einer Art Diplomatenstatus. Ist das so? Und jetzt sagt Jesus zum Beispiel ein ganz anderes Wort. Das lese ich auch mal vor. Da heißt es in Matthäus 24, Vers 13, wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wer bis ans Ende standhaft bleibt. Jetzt ist plötzlich nicht mehr der Anfang, also dieses punktuelle Ereignis, Bekehrung, Lebensübergabe, wie wir das auch immer nennen, nicht mehr der springende Punkt, sondern das Ende. Also wer bis zum Ende durchhält. Auch Paulus hat das einmal gesagt im ersten Korintherbrief, 15, Vers 1 und 2. Da sagt der Geschwister, ich möchte an euch, an das Evangelium erinnern, dass ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und dann sagt er, und durch sie werdet ihr gerettet. Und jetzt kommt plötzlich so ein kleiner Einschub. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Also diese Seite gibt es anscheinend auch. Also auf der einen Seite, und oft machen sich Christen an irgendeinem Punkt so fest, dass sie sagen, so punktuell, bekehrt, wiedergeboren, so nennt man das dann auch, das hat allerdings eine andere Bedeutung. Himmelsbürger, fertig, egal was ich mache, ich lebe dann mein Leben so gut ich irgendwie kann und komme am Ende sowieso in den Himmel. Und das andere ist dann, nein, wer durchhält bis zum Ende. In einigen Kirchen ist die Theologie auch getauft und du bist Himmelsbürger. Auch wenn du als Baby getauft wurdest, automatisch Himmelsbürger. Andere sagen, nein, die Taufe macht einen Menschen nicht automatisch zu einem Himmelsbürger. Und Jesus sagt hier mehrere Sachen. Er sagt, ich starb für euch alle, ich habe alles auf mich genommen. Wer glaubt, wird gerettet. Aber jetzt wird der Glaube mal etwas näher definiert. Und zwar nicht nur der Anfang, sondern wenn ihr durchhaltet bis zum Ende. Das macht natürlich wieder Leuten Angst. Ja, schaffe ich das überhaupt, das durchzuhalten bis zum Ende? Einige begegnen dieser Angst, indem sie dann sagen, das sind so Sprüche, die man im christlichen Lage findet. Einmal errettet, immer errettet. Also wenn du einmal zum ewigen Leben gekommen bist, das ewige Leben ist ja halt ewig und das kann nicht plötzlich aufhören. Einmal errettet, immer errettet. Dann wiegt man sich wieder in so einer gewissen Sicherheit. Die anderen sind völlig verunsichert und sagen, ja schaffe ich das dann überhaupt bis zum Ende? Halte ich durch? Aber ihr Lieben, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir in dieser Spannung leben. Errettung ist nicht etwas, was wir mit einer Checkliste abhaken können und sagen, so ab jetzt Himmel fertig aus. Sondern Errettung ist, und deswegen habe ich das Wort am Anfang gelesen, ein Weg. Das ist ein ganzer Weg. Das ist nicht nur ein Punkt irgendwo auf dem Weg. Der Weg fängt natürlich irgendwann an. Das ist ein Anfang. Das ist auch ein Punkt, wenn ihr so wollt. Aber Errettung selbst ist ein ganzer Weg, auf den wir mit Jesus gehen. Es geht also nicht um ein Status, den wir uns irgendwie in unserem Kopf oder irgendwie vorne hinschreiben, gerettet oder verloren, bekehrt oder nicht bekehrt, wiedergeboren oder nicht wiedergeboren, sondern es geht um einen Weg. Das ist eigentlich die Botschaft der Bibel. Es geht um einen Weg. Und in dem Moment, wo uns klar wird, dass es um einen Weg geht, da wird uns auch klar, dass wir mit großer Freude, aber auch mit großer Ernsthaftigkeit diesen Weg gehen. Und nicht einfach sagen können, ja, ich habe mich doch mal bekehrt und fertig aus. Oder in ständiger Angst leben, ob ich das wohl schaffe oder nicht. Diese Angst, diese Angst kann man auch so begegnen. Wir müssen eines bedenken. Wenn wir diesen Weg gehen, dann geht Jesus den Weg mit uns. Das ist sein Weg. Versteht ihr? Also, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir das Ziel vielleicht nicht erreichen, liegt nicht an uns. Und es liegt auch nicht an einem Status, an so einem Punkt, dass man irgendwann mal eine Entscheidung gemacht hat, sondern dass wir keine Angst haben brauchen, liegt daran, weil Jesus mit uns geht. Er geht diesen Weg mit uns. Und wenn wir uns an ihn halten, müssen wir keine Angst haben. Egal, was in unserem Leben passiert. Und ihr Lieben, selbst wenn jemand einmal vom Weg abkommt. Ich meine, die, die schon verheiratet sind oder etwas älter sind, ihr wisst alle, auch in einer Ehe gibt es Krisen. Natürlich außer eurer Ehe, aber es gibt Ehen, in denen gibt es auch manchmal Krisen. Das heißt aber nicht, dass die Ehe damit aufgehoben ist, sondern die Ehe besteht noch. Solange die Ehepartner die Ehe wollen, besteht die Ehe, trotz Krise. Und solange wir mit Jesus gehen wollen, so ganz simpel ist das, werden wir auch ankommen. Werden wir auch ankommen und auf diesen Weg halt gehen. Also ist es mit Freude, aber auch mit Ernsthaftigkeit. Wir gehen einen Weg und Jesus sagt, dieser Weg ist schmal. Ist uns das bewusst? Dieser Weg ist schmal. Wir müssen auch ein Stück drum kämpfen. Wir müssen drum ringen. Es ist nicht einfach quasi, dass wir so dahin schlendern und irgendwann kommen wir mal an. Der Weg ist schmal. Er erfordert Mut. Er erfordert Glauben. Er erfordert Gottvertrauen. Aber wir müssen eben keine Angst haben, denn Jesus geht diesen Weg mit uns. Auf der anderen Seite heißt es, und ich lese einmal diese Bibel stellen vor, im 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in seinem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. An all diesen Punkten komme ich manchmal in Diskussion mit Leuten. Ja, wieso Christen kommen doch nicht in ein Gericht. Das heißt doch, wer an mich glaubt, kommt nicht in ein Gericht und jetzt müssen wir plötzlich alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Also ihr Lieben, ich will mal Folgendes sagen. Wenn du oder ich, wenn wir den Weg mit Jesus gehen und Jesus geht hier neben mir diesen Weg und ich werde einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Ja, wer sitzt denn bitte auf diesem Richterstuhl? Da sitzt doch der, der den ganzen Weg mit mir gegangen ist. Er wird über mich urteilen, aber ich werde trotzdem sagen, hallo Jesus. Mit dir, du bist mein Ein und Alles. Und auch wenn Dinge vielleicht nicht gut gelaufen sind, vielleicht wenn der Lohn auch nicht so hoch ist, wie ich gehofft hätte. Du bist mein Erlöser und meine Retter. Das bist du immer gewesen. Du bist den ganzen Weg mit mir gegangen. Ich stehe jetzt vor dir. Du sitzt auf dem Richterstuhl und du wirst auch Dinge sagen, die mir vielleicht nicht angenehm sind. Aber vielleicht muss er mir das gar nicht sagen, weil er es mir schon vorher sagen könnte oder konnte. Ich meine, wenn wir offen sind, wenn wir mit Jesus diesen Weg gehen, dann fragen wir ihn doch, Herr, wie siehst du das eigentlich, was ich da gerade mache? Ich kenne Leute, die sprechen sich selbstgerecht, auch Christen. Ich weiß, ich sollte zum Beispiel mal ein Paar verheiraten. Die kamen da zu mir und sagten, du Pastor, kannst du uns mal verheiraten? Und dann sagte ich zu dem Mann, aber du warst doch schon mal verheiratet. Können wir mal ein bisschen darüber sprechen? Nein, es ist alles vor Gott geregelt, alles okay, alles wunderbar, hat er mir gleich gesagt. Und dann habe ich ihm gesagt, aber ich werde euch nicht verheiraten. Menschen, die sich selbstgerecht sprechen, die alles so in Ordnung finden, die bauen sich selbst eine Grube. Aber wenn wir mit Jesus gehen, ihr Lieben, dann fragen wir ihn und das spürt man einem Menschen an, ob er mit Jesus in Korrespondenz steht und sagt, ja, es gab wirklich ein großes Problem in meinem Leben. Es gab auch einen Bruch. Ich habe auch einen Riesenfehler gemacht. Ich habe mit Jesus drüber geredet. Ich habe ihn gebeten, mir zu vergeben. Also da kommt irgendetwas. Ich habe auch mit einem Seelsorger geredet oder was, was Leute dann auch sagen, wenn wir mit Jesus gehen, dann müssen wir gar nicht vor seinem Richterstuhl offenbar werden, dann sind wir doch schon offenbar. Und dann müssen wir auch keine Angst vor so einem Moment haben. Aber, und das hat Paulus eben auch halt festgestellt, es gibt Christen, die entscheiden sich für Jesus, die wollen auch in den Himmel, die wollen auch Christ sein, aber sie offenbaren sich nicht. Sie reden nicht mit ihm auf dem Weg darüber, sondern sie gehen einen Weg, den sie meinen, der der Weg wäre. Und irgendwann kommt dann plötzlich mal so ein Erschrecken. Und all das hat Paulus auch schon erlebt damals. Und deswegen ist das mit der Errettung so eine Sache. Wir müssen tiefer in die Bibel gucken, um zu verstehen, dass wir auf der einen Seite mit großer Freude, aber auf der anderen Seite auch mit großem Respekt diesen Weg gehen. Und das ist wesentlich. Was zur Errettung gehört, ist übrigens etwas, worüber ganz wenig geredet wird, nämlich der Lohn. Jesus redet ja ganz häufig vom Lohn. Ich weiß noch, wie ein Pastor hier mal gepredigt hat über den Lohn. Dann sagte er, ja, viele Christen sagen, ach, Hauptsache er rettet. Hauptsache ich komme in den Himmel. Der Lohn, das ist mir alles nicht so wichtig. Und da hat er gesagt, das sagst du jetzt. Aber nicht dann, wenn der Lohn ausgezahlt wird. Also ihr könnt ja mal zu eurem Arbeitgeber gehen, falls ihr irgendwo beschäftigt seid und so sagen, also wissen Sie, ich freue mich so, dass ich hier arbeiten darf. Der Lohn spielt für mich überhaupt keine Rolle. Mal sehen, was dann passiert. Also natürlich spielt der Lohn eine Rolle. Und das ist diese Art von Differenzierung, die Jesus auch mit uns vornimmt. Dass er sagt, wenn du mit mir gehen willst, wenn du an mich glaubst, dann sollst du auch das ewige Leben haben. Aber, das sagt er schon ganz am Anfang in der Bergpredigt, wer eines dieser geringsten Gebote aufführt und andere lehrt, da sagt er nicht, die gehen verloren. Aber er sagt, der wird klein heißen im Himmelreich. Also es gibt eine gewisse Differenzierung auch noch für diejenigen, die errettet werden. Und zwar der Lohn. Und davon redet Paulus zum Beispiel im ersten Korintherbrief. Ich lese einmal die Stelle vor. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts, jetzt kommt wieder das Gericht ins Spiel, der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, also auf Jesus, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst zwar wird gerettet, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wurde. Also es gibt tatsächlich einen gewissen Unterschied auch zwischen errettet und errettet. Und wofür ich werbe und was ich uns ins Bewusstsein wiederholen möchte, es geht nicht um so einen Punkt, es geht nicht um einen Status, dass jemand sagt, ja, ich bin errettet, ja, ich bin bekehrt, ja, ich bin wiedergeboren, ja, ich komme in den Himmel. Darum geht es nicht. Sondern es geht um dieses Geheimnis, dass wir einen Weg gehen wollen, den Jesus uns zeigt. Einen Weg mit Jesus, diesen schmalen Weg, den er selber mit uns geht. Und wenn wir diesen Weg gehen und nicht uns irgendeine Plakette auf die Stirn schreiben, sondern diesen Weg gehen, dann werden wir auch ankommen. Denn das gute Werk, was er in uns begonnen hat, das wird er auch vollenden. Wichtig ist aber, dass wir diesen Weg gehen und dass wir ihn auch durchhalten. Und dass wir nicht nur anfangen, sondern dass wir weitergehen. Wisst ihr, mir ist etwas sehr bewusst geworden, als ich über Errettung nachgedacht habe. Das Leben für uns als Christen ist kein Warteraum. Warteraum. Quasi nach dem Motto, jetzt habe ich mich bekehrt und jetzt warte ich und warte und mache dabei irgendwas, bis ich dann im Himmel bin. Das Leben ist kein Warteraum. Und das Einzige, was wir in diesem Warteraum dann vielleicht noch tun, ist, dass wir sagen, oh, wir wollen, dass andere noch dazukommen in diesem Warteraum. Und dann evangelisieren wir, dann missionieren wir, damit möglichst viele in diesem Warteraum dann irgendwo da rumsitzen. Und in diesem Warteraum, wenn Menschen so denken, dann fragt man sich dann, ja, muss ich mir das antun, jeden Sonntag in Gottesdienst? Oder die Bruder oder Schwester so und so auch noch ertragen, die dann auch nicht so nett sind zu mir. Muss ich mir das alles antun? Und das liegt daran, weil wir plötzlich in so eine Funktionslosigkeit reingeraten sind, weil einige meinen, nun habe ich mich bekehrt und was jetzt? Jo, irgendwie, irgendwo. Aber so ist es nicht, sondern wir haben uns auf einen Weg begeben. Und auf diesem Weg ist jeder Gottesdienst wichtig. Ein Edelstein. Und jedes Treffen, jeder Hauskreis, jede Gebetsgemeinschaft, jedes Hineingucken in die Bibel, jedes Lernen von Gott, sogar jeder Misserfolg, sogar jeder Fehler, den wir machen, sogar die Sünden, die wir machen, sind wichtig, damit wir lernen, was Vergebung ist, was Gnade ist, damit wir auch mit anderen dann so umgehen und so weiter. Alles spielt eine Rolle, weil wir auf dem Weg sind. Und dieser Weg führt ins ewige Leben. Im Grunde genommen hat das ewige Leben mit diesem Weg schon begonnen. Und das bedeutet Errettung. Wir begeben uns auf einen Weg und wir gehen diesen Weg und gehen ihn miteinander. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier beieinander sind. Deshalb ist es wichtig, wenn jemand auch zuguckt. Deshalb ist es wichtig, dass wir von Gott lernen wollen und nicht irgendwann sagen, ja, jetzt weiß ich alles, ich kenne die ganzen Pastoren schon und Prediger, die sagen das so und die sagen das so und so, mir alles bekannt, ich muss jetzt nichts mehr lernen. Sondern es ist wichtig, dass wir Lernende bleiben, denn wir sind auf einem Weg. Wir wollen das Ziel erreichen. Und dieses Ziel werden wir erreichen, wenn wir uns an Jesus halten. Und das möchte ich uns dann am Ende auch sagen. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tage zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also, wir brauchen uns nichts auf die Brust zu schreiben, was wir sind, sondern das Wichtige in unserem Leben ist, wir haben diesen Weg begonnen. Lass uns ihn weitergehen. Und lass uns auf diesem Wege Menschen mit zurufen, dass sie hinzukommen. Und auf diesem Wege ist uns auch klar, wir alle sind nicht vollkommen. Sonst wären wir ja schon am Ziel, sondern wir alle sind auf dem Weg, wie Paulus das sagt. Wir müssen den Leuten auch nicht was vormachen. Wir müssen denen, die wir zurufen, nicht sagen, guckt euch mal uns an. Seht mal, wie toll wir sind. Wollt ihr nicht auch so werden? Nein, das funktioniert sowieso nicht. Sondern wir haben den Weg zum Leben gefunden. Wollt ihr nicht mit einsteigen? Ich liebe ja dieses Bildschild, get on board, little child. Also steig mit ein in den Zug zum Leben. Das bedeutet Errettung. Wir sind auf dem Weg. Und das möchte ich uns auch tief ins Herz schreiben. Sei auf dem Weg, komm auf dem Weg und bleib auf dem Weg. In Jesu Namen. Ich bete noch einmal. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort etwas schilderst und etwas sagst, was man mit einer Checkliste nicht verstehen kann. Nur wenn wir deine Hand ergreifen und mit dir gehen, dann fangen wir an zu verstehen, was diese scheinbar widersprüchlichen Worte beinhalten für unser Leben. Und ich bitte dich für alle, die jetzt zuhören, die dabei sind, dass du ihnen neuen Mut gibst, entweder auf diesen Weg überhaupt zu kommen, durch die Pforte zu gehen, auch wenn sie schmal ist, oder auf diesem Weg zu bleiben. Ich möchte dich bitten, dass wir alle das Ziel erreichen und dass wir immer mehr werden auf diesem schmalen Weg, damit viele das Leben erreichen, bei dir in der Ewigkeit. Amen.